Wo immer du bist, Darling, würdest du deinem Feind in einer ausweglosen Situation folgen? Anja Zimmermann will ihren Ex-Verlobten vergessen, der sie betrogen hat, und fliegt auf den Rad einer Freundin hin in die USA. Urlaub pur. Nach ein paar Tagen geschieht Unfassbares. Anja gerät beim Einkaufen in einen Überfall und wird entführt. Der Anführer der Untergrundorganisation La Mano de Cuba, Santo Perez und dessen unnahbarer Bruder Ramon verschleppen sie in die einsame Weite der Sierra Nevada. Bald zeichnet sich ab, dass Anja die brutale Geiselnahme nicht überleben wird. Plötzlich steht eines Nachts Ramon an ihrem Bett und will mit ihr fliehen. Darf sie Ramon vertrauen? Kann sie ihr Leben retten, indem sie sich mit einem Entführer in die dichten Wälder begibt? Wo immer du bist, Darling. Ab November 2013 im Buchshaus Verlag als Taschenbuch, E-Book und Lese-App.